Hallo und willkommen zurück hier. Die Nordfrieske Marsch ist wieder hier am Start und ja, wir sind hier mit dem Ballensammeln fertig geworden. Die müssen dann die beiden aufs Feld 14 rüber. Vorher, na klar, die Ballen einmal abliefern. Der vorne ist ja voll, da ist es kein Problem. Und ja, bei dem hier, da müssen wir halt gleich sagen, dass er erst zur BGA soll und dann rüber. Und dann schauen wir gleich, was wir sonst noch zu tun haben. Ich weiß, dass wir hier, hier genau, hier beim Heumachen waren. Das machen wir schnell fertig, damit hier die Ballenpresse loslegen kann. Und dann habe ich in den Kommentaren gelesen, wir sollen doch die Grupper-Missionen machen. Gucken gleich mal, ob die noch da sind. Wenn sie da sind, dann nehme ich sie an. Dann lassen wir die halt auch schön im Hintergrund laufen, weil, da stimmt schon, das Geld können wir gut gebrauchen. So, dann gucken wir mal, wie gesagt, erst schnell, dass das hier läuft. So, hier geht es jetzt quasi in die letzte Bahn rein. Das Pressen und Einsammeln geht ja dann wieder vollautomatisch. Da muss man nicht viel dazu tun. Hoffe ich zumindest. So, wir gucken gleich mal. Das Feld 31. Da sind wir bei 70 Prozent. Das dürfte gleich auch abgeschlossen werden. Dann haben wir das nämlich auch durch. Aber ich würde schon wieder sagen, die Sache läuft einfach. Das heißt, wir müssen gleich einmal, genau, die Ballenpresse umspannen. Dass wir die Quaderballenpresse hier hochholen, um hier eben weiterzumachen. So, dann gucken wir, wie weit wird... Gut, wir müssen jetzt noch einmal hochfahren kurz. Das geht ja aber schnell. Tja, dann warten wir, dass wieder Geld reinkommt. Ja gut, reinkommen tut ja jetzt erst mal nichts. Es wird halt kommen, dass Mission abgeschlossen ist. Und dann, wenn wir sie abschließen, dann gibt es Geld. So, ich sollte aber mal die Zeit hier wieder auf 1 laufen lassen. Ich weiß gar nicht, warum die auf 0,5 bestanden hat. So. Dann können wir die nämlich gleich mit Autodrive einmal zum Hof schicken. Und dann gucken wir uns eben die andere Geschichte an. Sprich, die Ballenpresse. Und was sonst noch so los ist. Ah ja, guck mal. Jetzt Lohndienstleistung abgeschlossen auf der 31. Das war jetzt der eine Wagen. Da müssten wir jetzt vermutlich die BGA fast voll bekommen. Ja, die ist voll. Das heißt, da werden... Boah, da müssen wir mal ganz kurz... Ähm... Ja, guck mal, der Fahrrad, das ist jetzt ein Problem. Äh, Kollege, stopp, 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 stopp. Ähm... Einmal Spanngurte dran. Äh, das heißt, du fährst jetzt zum Abladen erst einmal zum Hofballenlageranlieferung. Genau. Und du genauso. Und wenn die BGA voll ist, äh, dann, äh, passt das doch ein Hofballenlageranlieferung. Da machen wir das so. Und dann müssen wir den hier noch einmal umwechseln. Die andere Ballenpresse dran. Dann kann der nämlich schon mal zur 14 hochfahren. Und bis der da ist, dürften wir dann durch sein mit dem Räumachen. So. Guck mal, da haben wir das nämlich auch erledigt. So. Dann... Ab auf die 14. Und hier... Ja gut, hier wird gepflügt. Der ist unterwegs eingemacht. Hier, hier waren wir. Wenn wir... Wenn wir das hier durch haben, äh, können wir uns kurz um die Grubbergeschichten kümmern. Das wird die auch zum Laufen bekommen. So. Genau. Ja. Hätte klappen können. Hätte klappen können. So. Dann... Ähm... Gucken. Drei Vorgewände. Ähm... Ähm... Weich das passt. So. Los geht's. So. So. Und hier, bei dir genauso. Tierbedarfshandel, die großen Quaderballen und Curseplay. Wer ist am Thun? Der fährt hier fleißig weiter ab Wasser durch die Gegend. Was sind wir denn hier? Ja, die Frage ist, ob wir nicht... Ja, wir lassen den mal tun. Machen wir da mal ein Bildchen von? Jetzt weiß ich nur nicht, haben wir den schon? Doch, haben wir rübergezogen auf die Seite. So, ein bisschen hier rein zoomen. So, dann haben wir gleich ein Bildchen gemacht. Und du machst nichts, weil noch keine Ballen da sind oder wie sehe ich das? Ich denke mal, den hier brauchen wir erstmal gar nicht. Den lassen wir einfach mal hier stehen. So, tja. Tja, 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 tja. Gut, Feld 74 wollte ich nicht machen. Dann wäre hier 45. Heu zum Tierhändler. Nee, das überschneidet sich. Dann gucken wir hier. Heu zum Tierbedarfshandel. Heu zum Tierbedarfshandel. Sage mal, gibt es auch noch was anderes? Silageballen. Ist zwar ein kleines Ding, aber komm, egal. 79. 79, ja. Dann... Ab dafür. Es muss gearbeitet werden. So, da ist... Achso, das ist der... Der wendert. Dann können wir ja mit dem gleich die Ballenpresse fahren. Machen wir da doch gleich Nägel mit Köpfen. Geht der hinterher auf die 79. Dann können wir eigentlich auch den... Den einen Sammler gleich auch mit... Darüber schicken. So, und das war von der 79 zur BGA Nord. Gucken wir mal, ob das VQ funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So. Ich gebe es hier auf. Er fällt 50. 76 Prozent. Ja, dauert noch ein bisschen. Das Abwasser läuft. Der ist unterwegs. Der macht seine Arbeit auch sehr gut hier. Und die nicht. Mal wieder. Ich glaube, wir lassen den erstmal fertig pressen. Und danach sammeln wir ein. Das ist ja nicht viel hier. Das geht ja, glaube ich, doch relativ schnell. Dann haben wir das einigermaßen durch. Beziehungsweise... Wir machen das schnell selbst. Ich denke mal, dass wir die Ballen hier locker auf einmal hier drauf bekommen. Und wenn der Tierbedarfshandel ist ja quasi ums Eck. Und dann gucken wir einfach, dass wir... Ja, wir sagen mal so. Wir machen Ballen-Missionen so lange, bis das Pflügen fertig ist. Weil die zwei Pflüge-Missionen, die müssen durchgezogen werden. Und wir wollen ja eventuell noch unsere Felder ansehen. Das ist ja auch noch ein Ding, das wir machen wollten. Da müssen wir halt einmal das Steine sammeln fertig machen. Und dann können wir da eben auf der 37 und der 39 Raps ansehen. So ist zumindest der Plan. Ich hoffe mal, dass es bei euch nicht gerade allzu heiß ist. Hier, also ich gehe ein. Also es ist wirklich... Ich nehme jetzt Donnerstagmorgen sozusagen auf. Es ist 0.11 Uhr. Wir haben irgendwie gefühlt noch 25 Grad. Das ist einfach nur ätzend. So, aber wir müssen hier mal kurz den... Programmi... Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Den kurz programmieren. Äh, du machst, äh, hier... 9 Meter, wie gehabt. 3 vorgewendete Bahnen, weil ich klappt. So, wir kopieren den Kurs. Oh, weil doch Schwartablage haben wir an, glaube ich. Ja. Dann könnten wir ... Der da, na gut. Der ist zu früh da. Aber wir können da gleich hier schon mal den Kurs kopieren. Dann können wir den gleich losschicken. Hier sind wir. Wenn der Meer ein bisschen Vorsprung hat. Das ist schon temperaturtechnisch ganz schön ätzend gerade, was wir haben hier. Und ich sage mal, selbst für Hamburger Verhältnisse. Wir haben also am Mittwoch für euch gestern sozusagen fast 40 Grad, ich glaube 39 Grad oder so irgendwie. Und man mag sich einfach nicht mehr bewegen. Deswegen gucke ich auch, dass ich jetzt eben relativ spät abends die Folgen für euch mache. Damit ihr da auch was bekommt. So, ich würde aber sagen, wir fahren einmal kurz rüber. Wir schaffen das doch nicht alles auf einmal. Wir sammeln da jetzt noch einen auf. Und dann geben wir das erst mal ab. Dann schauen wir, dass wir das andere so nach und nach dann erledigt bekommen. Und irgendwann haben wir vielleicht einen zweiten Traktor frei für den Flug, damit wir die andere Mission machen können. Oder der ist auf der 50 so schnell, dass er irgendwann fertig wird mit dem ganzen Gedönszeugs. da. So, wir machen mal hier die Spanngurte ab. So. Das war schon. So, dann würde ich sagen, jetzt machen wir hier aber mal automatisiert. So, der ist unterwegs. Ja, das Feld ist halt nicht sehr groß hier. Gucken wir mal, ob das klappt. Ich bin mir da nicht so sicher. So, der ackert hier durch auch eine wahre Freude. So. Ich weiß nicht, warum du jetzt hier so komisch fährst, aber mach, was du willst. so, was ist die Frage, hat der, der fängt jetzt gerade erst anzupressen. Weil dann hat, oh, dann müssen wir den mal kurz hier anhalten, das einsammeln, das auf jeden Fall erst, wenn wir hier mit dem Pressen durch sind. Weil bei so einem kleinen Feld kann es nur Chaos geben. das ist nicht so prickelnd. Aber ich würde sagen, ihr Lieben, wir lassen es hier und jetzt erst mal gut sein. Wir sehen uns später in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder reinschaut und sage damit Tschüss, Ciao und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.